ja moin olli der bogenfreund hier mal wieder zu einem thema was mich immer wieder fasziniert und zwar das no frame plinking no frame zwille schießen was eigentlich nichts anderes bedeutet als dass normalerweise hast du eine zwille du hast einen zwillenkörper dran den du in der hand fällst ein frame und dann ist das gummi dran gebunden oder reingeklippt oder whatever dann kann man das ganze runter reduzieren hier ist zum beispiel unser slingshot no frame pro mit so metallring hier unten den man dann einfach als reduzierten frame nimmt oder als halterung wo dann daumen und zeigefinger aber hier die wurfkabeln bilden und das ganze kannst du noch weiter runter reduzieren auf unser flachband gummi hier das ist die zwille no frame rttm was jetzt anders bedeutet als reduce to the max so wie funktioniert es jetzt wie mache ich das ganz einfach du hältst das band einfach so runter steckst den kleinen finger da rein jetzt greifst du mit zeigefinger und daumen innen in das flachband gummi wir tun jetzt mal so als ob hier eine kugel schon drin wäre so kannst das sehen könnt ihr das sehen so und jetzt ziehen wir aus und haben hier quasi daumen und zeigefinger die den zwillen die die zwillen wurfkabel bilden und da schießen wir einfach durch brauche am anfang ein bisschen mut bei diesem band hier teraband gold das ist so konzipiert dass es 50 zentimeter länge ist das heißt du ankerst am mundwinkel oder am ohr und mit 0,6 millimetern ist es auch noch nicht so stark das kannst du als ein anfänger einsteiger in das thema gut benutzen ohne dass du gleich überfordert bist und da die verlässungsgefahr dann steigt ein bisschen mut braucht man trotzdem um das ganze durchzuführen aber ich finde es halt super faszinierend wenn ich mir stelle mir vor du hast echt nur das hier in der brieftasche so so ein kleines packmaß hier das ist wirklich das wiegt gar nichts das hast du dabei wenn du damit ein bisschen übst dann bist du da genauso gut wie mit dem frame und das ist einfach cool so probiert das mal aus alles klar liebe grüße